Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Mainz 05 Bundesliga 2023-2024, siebte Spieltag Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 Ergebnis 2 zu 2 Borussia Mönchengladbach Start 11 Nikolas Elfidi Itakure Weber Winkel Honorat Reitz Neuhaus Trantrenz Jodran Beblea Start 11 von Mainz 05 Zentner van den Berg Bill Fernandes das Costa Kraus Mario Kaki Grudale Jo Bue Start 1 UR 38 UR 38 UR 32 O 34 24 Vielen Dank.